Moin, herzlich willkommen zur weiteren Folge LS22 Chaos im Wald Und wenn das hier nicht mal den Chaos im Wald spiegelt, dann weiß ich auch nicht mehr Also, das ist doch super technisch, um zwei Mulden zu transportieren, oder? Wenn das schon mal jemand vorhatte, bitte schön, hier wird gezeigt, wie ihr das macht Warte mal, macht gleich mal die Spanngurte, oder nee? Erstmal setzen wir die Mulde ab So Jetzt Fahren wir den ein Stückchen vor und laden den ab Klar, das Mulde auf- und abladen mit ausgeklappter Rampe ist vielleicht nicht das Optimale Aber ey, mein Gott In der Aufschlau ist der da einfach den Ding abhängen können, gell Ey, was soll ich denn jetzt nicht aufbocken, oder so? So, hängen da mal dran Und wieder ab So, wunderbar Ah ja, kann man wieder anhängen So, und jetzt bitte die Schaufel dran Mein Gott Mit den 20 Zügen hier So Jetzt aber Ui Gut, dann laden wir den Steine, graben da auf Und jetzt ist die Halle hier wunderbar Einsatzbereit für Landwirtschaftliche Geräte unterzubringen Würde ich sagen Auch wenn ich noch keine habe Aber ey, das Feld muss dann eh erstmal geerntet werden Und das dauert auch noch ein bisschen Und dafür tue ich dann den Drescher mieten Ja Von daher Solange keine Brauchbaren Geräte im Angebot sind Kaufe ich mir halt keine Außer ich brauche sie halt dann Aber Ja Willst du nicht mehr aufladen, oder was? Ne Okay Okay, den Rest muss ich dann anders Auf ihn machen Ist okay Ist halt mit dem Hallenboden und so Wahrscheinlich nicht ganz optimal Naja Vielleicht nächstes Mal doch den Stein erst entfernen Und dann Halle platzieren Vielleicht auch keine schlechte Idee Okay Dann haben wir hier schon verladen Und können wieder abhauen Drehen wir den wieder rum Ja Wart mal Dann ist das Ankoppeln für den Adapter Nicht ganz weit Keb wenn ich es doch vorher mache So Ja genau So Und dann Hängen wir den wieder dran wie eben Ist doch einfacher Ja Du 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 Oh na Oh Wart der Knopf Also falsche Ding ausgewählt das waren meine güte jemand die kliebeanlage zu verschenken hat ich würde nehmen so jetzt hoch damit sehr gut gut dann fahren wir wieder den selben weg zurück wo wir hergekommen sind und verladen auch da die steine wieso habe ich gerade rechtliche probleme ok ja ich glaube der wohl wo steht etwas zu weit hinten so glaubst du dass ganz etwas besser daran sieht man wieder die zwei achse oder zwei achsen das eine dritte achse nicht ganz verkehrt wäre auf gut deutsch naja mein gott bagasse ich jetzt der stück genau hinterm hause ich war einfach ganz normal weiter okay nichts passiert bist du auch so ein ja guck nach vorne im straßenverkehr solltest du das ist wieder hinrichten alle gar nicht hinrichten vor allem das ist das ist nicht machbar mann warte mal in die mulde mal ab so ok das andere kriege ich nicht hingestellt aber was mir gerade einfällt dieses sägewerk hat hier zum ausleihen gabelstappen stehen irgendwo ich glaube da irgendwo in der halle müsste es stehen ah da steht er was war das falsche tor aber egal der lack ist auch nicht mehr im besten zustand ok aber dafür kann man ihn doch mal kurz ausleihen oder absolut kein problem ich brettere damit nur kurz über die schien drüber gell hu 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 hoppa hoppa und damit könnte man das vielleicht gedreht bekommen ohne dass ich den ganzen straf wieder abmachen muss jetzt habe ich ja gar keine lust drauf im zaun war dann andere seite kann sich noch um stunden handeln gar kein problem probieren mal kurz anzuhängen problem ist halt dass die mulde tiefer ist als die andere ding so dass man den ganzen spaß aus ja 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 geh vom zaun runter du bist doch geh vom zaun runter sehr schön sehr schön okay meine gaben stadt da wieder zurück gute nun für der bagger noch in der die greife oder so vielleicht ja auch noch machbar gewesen ist leicht wird prima dem wieder zurück bedanken uns sehr freundlich stellen wir den grad wieder da rein wunderbar kann die weiter fahrt schon weiter gehen die monat nach vorne geguckt und zack kommt ein auto fährst du drüber und dann fällst du rum vielleicht wollte ich nicht ganz so schnell fahren der hat schon eine schräg lage weil der radlader so weit außen steht ich denke mal da ist es ein leichtes um zu fallen nein 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 oh gott guckt nicht aus handy während der fahrt ich sag's wie immer trotzdem mache ich tausend mal beinahe wär mir umgefallen aber ich konnte noch gegenlegen richtigen moment ich musste nur noch die paar meter da hoch na gut zum hof wollte ich auch noch dann aber dann steht der radlader nicht mehr ganz so schief da drauf wie auch immer da so besoffen war und den sie draufgestellt hat nicht hängen bleiben ganz böse was ist überhaupt hängen geblieben ach keine ahnung ok dann die beiden da oben so stellen wir einmal die mulle da hin zu zack zack wieso hängt sie jetzt wo hängt die jetzt noch ach spannend wurde natürlich gut dann lad mal ratzfatz die steinchen hier noch auf damit die weg sind äh bada wunderbar falls ihr euch wundert warum die schaufel nicht voll geht ich hab so einen Bock mit drin wo die schaufel realistischer ist sag ich mal da ist halt kein hundertprozentiges ladevolumen immer und schiebst den kram halt immer weiter weg sag ich mal deswegen konnte ich eben nicht alles aufladen grad jetzt aber normalerweise sollte das jetzt mit der zweiten schaufel funktionieren dass da alles reingeht denke ich ja das ist noch nicht perfekt aber so genau ja geht mal trotzdem alles weg aber halt wenn die schaufel halt voll ist ähm schiebst du das halt weg sag ich mal so gut da kommt doch ein bisschen was zusammen mal so pro stein so anderthalb tausend liter oder so ja ist in Ordnung klar steine bringen jetzt nicht so viel wie im verkauf aber kalte produktion habe ich halt auch keine wo ich die reinschmeißen kann von daher ja was denn jetzt hallo 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 liest die dinge jetzt mal auf da bitte fahren wir von der anderen Seite ran ach egal so gut jetzt haben wir alles sehr schön bringen wir den ganzen spass zum hof und dann bringen wir die steine weg und diesmal wird er schön mittig drauf stellen damit er jetzt schon wieder so eine schräg lagert so das sollte funktionieren ich denke ich ja nochmal da runter genau ah ja ich hab ja steine geladen dann bin ich jetzt ok klar wenn die Mulde voll ist äh und deswegen bewegt er sich auch immer ok probieren wir jetzt mal zu fahren na vorwärts bitte ok ja der weg ist ja nicht so weit ich muss ja nur davor und den berg unter und berg hoch und zum hof halt da oben hin so ist ja nicht so weit weißt du ne wenn er einmal rollt dann rollt geradeaus halt jetzt haben wir hier ne schöne kurve ja und bergab ich geh in den Baum bitte ähm dürfte ich bitte hallo ja 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 jetzt hat er wieder grip ok vielleicht nicht ganz so schnell fahren ja 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 ok sehr gut auf der straße sind wir jetzt so normal jetzt müssen wir nur noch den berg hoch naja naja bitte mach nicht so ein Tamtam da kommt ein Auto moin alles super bei mir ja ja alles super danke der Nachfrage jetzt hub nicht so zieh ja du musst kurz warten ich hab hier schwer zu ziehen wie du vielleicht erkennen kannst ich hab da noch so ne Mulde dran hängen ei 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 na gut ich würd sagen nächste Folge gucken wir dann dass wir die Steine wegbringen ähm zum Bergwerk und dann gucken wir das mal mit dem Cat dann die Bäume da verladen die in der Runde liegen und ja dann sehen wir weiter was wir noch machen mal die Woche noch irgendwas machen und ob die Folge dann fertig ist sag mal ja spektakuläre Woche haben wir als nicht gut äh kommt nur ja 1,2 wichtiges ja von dem High-Edge Vorwärts DLC sind ja auch noch da also dann würd ich sagen lasst gern ein Like und ein Abo dann wenn es euch gefallen hat guckt auch gern beim Baus-Humbernader und bei dem High-Edge Vorwärts DLC Videos vorbei Hilfe und dann würd ich freuen wenn wir in der nächsten Folge wieder einschalten wenn es heißt wenn es heißt Depp am Steuer ungeheuer gell ja tschüss ja 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 ja